Hallo und Leute, hier ist euer Russell7700. Willkommen zur neuesten Kanalvorstellung und Bewertung. Ich muss schon wieder so anfangen, weil schon wieder einer ein bisschen schwieriger zu kommentieren ist. Ich krieg... ich hab den Kanal drin, keine Frage. Aber es ist halt... ihr werdet es gleich sehen. Und zwar geht es um die neuesten Kanalvorstellungen, Flash Plays also know as mspicture.de Und zwar wollte ich eine Kanalvorstellung machen mit dem alten Kanal und dann seinen neuen Kanal. Jetzt ist aber das hier. Puff! Wieder weg. Deswegen fangen wir direkt gleich mit seinem neuen Kanal an. Ich hab mir die Videos bei mspicture auch schon mal angeschaut. Und den habe ich hier auch abonniert, weil ich möchte wissen, wenn er startet. Und zwar geht das los am 10.12.2011. Also da fangen sie an mit aufnehmen und hochgeladen werden die ersten Parts, denke ich mal, am 18. Deswegen so. Der 10. und der 18. Ja. Also mspicture, daher weiß ich, wie er kommentiert. Also er kommentiert richtig gut. Aber dazu kommen wir gleich. So, dann geht es mal wieder los. Ich denke mal, wieder mit dem Kanaldesign. Ist schlicht gehalten, aber schick. Also gefällt mir mit diesem Licht und dem Blau. Also ist schon mal cool. Und ich denke mal, hier kommt dann auch nochmal wieder was Neues dann da rein. Weiß ja nicht, vielleicht ein paar Playbilder oder sowas. Ist ja nur mal so vorübergehend. Dann kommen wir zu seinem Rundown. Seine Facts. Name. Der gute Junge heißt Alex. Kanalaufrufe 101. Upload-Aufrufe insgesamt 179. Alter, der Junge ist 14. Aber ist ja egal. Beitritt. Er ist halt mit diesem Kanal seit 14.11.2011 dabei. Abonnenten hat er 0. Und hier hat er dann auch nochmal erzählt, wie er zu diesem Kanalnamen gekommen ist. Wäre auch was Schönes gewesen, wenn du so ein Infovideo hiermit hochgeladen hast, dass die wissen, okay, das ist MS Pictures. Weil wir haben ja gesagt, mindestens ein Monat bei YouTube und ein Projekt angefangen. Bei dir ist das halt so eine Ausnahme, weil du mit MS Picture schon weitaus mehr gemacht hast. Wäre auch mal schön, so ein Infovideo hier zu packen. Oder du packst ein Infovideo als Videoantwort jetzt mal hier drunter unter deinem Video, dass die wissen, jo, er ist es gewesen. Oder ist es. Und damit auch die Leute von MS Picture Bescheid wissen, dass du das jetzt bist mit diesem Kanal. Weil ich weiß nicht, ob du auf deinem anderen Kanal ein Infovideo gemacht hast. Also wie gesagt, Leute, das ist MS Picture eigentlich gewesen. Macht jetzt halt unter neuen Namen Flashplays weiter. Also nicht, dass ihr euch wundert, hm, 4.11.? Ich dachte, ein Monat dabei sein, ne? Also. Na? Ihr wisst jetzt. Warum der trotzdem dran gekommen ist. Stand auch die ganze Zeit auf unserer Kanalwand. MS Picture also know as Flashplays. Oder Flashplays also know as MS Picture.de. So. Dann, er hat bislang hier nur zwei Trailers. Vielleicht kommt hier noch ein Infovideo, das Warum und so weiter. Das kannst du dann auch als Videoantwort gerne unten mit reinposten. Entschuldigung. Der gute Junge lädt auch seine Let's Plays auf 720p HD-Qualität hoch. Und hat auch einen guten Kommentarstil. Also ist nicht zu laut, nicht zu leise. Also Spiele und Sound passt. Hier kann man das nicht zeigen, weil das sind alles Trailer. Aber wie ich ihn kenne, geht's hier dann richtig zur Sache. Ab 18.12. Weil er kommentiert richtig lustig und hat einen richtig coolen Kommentarstil. Das konnte ich nur sagen, weil ich die alten Videos auf seinem alten Kanal mir angeschaut habe. Und ich denke mal, du wirst hier genauso anfangen und weitermachen. Wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen besser. Also hier ist wirklich kurz und bündig eigentlich zerklärt, weil hier gibt es nicht viel zu erzählen. Außer er ist cool drauf. Er kommentiert richtig gut. Und was kann man hier erwarten auf diesem Kanal? Also natürlich Let's Plays und Vlogs werden hier natürlich auch wieder kommen. Die macht er auch richtig gut. Ja, also abonniert ihn. Wenn ihr wissen wollt, wie er hier startet. Und ich denke mal, er wird noch ein schönes Video dafür machen. Für seinen Start. Kannst du dann auch wirklich alles hier als Videoantwort posten. Auch, falls du dich entscheidest, ein Erklärvideo mal zu machen. Warum und weswegen. Kannst du dann auch hier gerne hochladen. Als Videoantwort. Ja, also es war kurz, knapp und bündig. Mit der Kanalvorstellung von Flashplays. Also Abonnement ist hier auf jeden Fall richtig platziert, weil er macht das richtig gut. Wie gesagt, ich hatte mir MS-Picture angeschaut. Aber jetzt gibt es ja den Kanal nicht mehr. Deswegen gibt es jetzt diesen Kanal. Ja, das war kurz, knapp und bündig. Weil hier gibt es halt noch nicht so viel zu erzählen. Das war Russell77.0 für Hype77.0. Vorgestellt habe ich den alten MS-Picture-Kanal mit seinem Neustart als Flashplays. Also auf jeden Fall sehenswert. Also ich bin raus, habe noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, einen schönen Vormittag. Je nachdem, wann ihr euch das anschaut. Und wieder einmal der Aufruf mit der Content-Free-Mucke für unsere Videos. Also langsam gehen uns die Reserven aus, so ungefähr. Also, wir sehen uns dann spätestens morgen bei der neuen Kanalvorstellung und Bewertung. Also, bis dann im Manski. Ciao, ciao.